Sehr geehrter Bürgermeister Isoda, liebe Bürgerinnen und Bürger unserer Partnerstadt Nagaoka, herzlichen Glückwunsch zum 400. Geburtstag. Das ist ein ganz besonderes Datum. Dass Zeit relativ ist, kann ich Ihnen beschreiben. Trier ist die älteste Stadt in Deutschland. Wir sind über 2000 Jahre alt. Aber unsere Partnerschaft mit Nagaoka besteht auch schon seit 10 Jahren. Und ich finde, Nagaoka und Trier gehören in Partnerschaft zusammen. Ich freue mich sehr, dass insbesondere die beiden Partnerschaftsvereine unter Führung von Herrn Takano und Herrn Aubart diese Partnerschaft so lebendig gestalten. Gerne erinnere ich mich an den Besuch in Nagaoka 2016. Und die Menschen dort zu erleben, über alle sprachlichen Grenzen hinweg, hat mich begeistert. Und diese wunderschöne Landschaft, in der Nagaoka liegt, ist einfach toll. Ganz bewusst habe ich dieses Foto aufgestellt. Das war mein Highlight in Nagaoka. Ein Feuerwerk in der Stadt der Feuerwerke. Und deshalb steht dieses Foto auch bei mir im Büro. Ich gehe davon aus, dass es auch zum 400. Geburtstag ein fantastisches Feuerwerk in Nagaoka geben wird. Ich freue mich als Oberbürgermeister, dass wir diese Partnerschaft haben. Und der 400. Geburtstag ist was Besonderes. Trinken Sie ein Glas Sake auf 400 Jahre Stadtgründung. Und ich freue mich auf den nächsten Besuch.